hallo hierbei kühler mit rechts herzlich willkommen auf unserem rostenkanal und zum neuen let's play heute spielen wir zusammen car x highway racing gibt es im google play store für lau vor allem hier noch ganz herzlichen dank an unsere unterstützer ohne dass hier alles gar nicht machbar zu realisieren wäre vielen lieben dank und ich starte das spiel jetzt zum allerersten mal zugriff racing vertrauen zu lassen von mir aus wenn du willst dann machen wir das halt nicht ich hoffe es sind alle gut drauf und mal schauen ich bin ja absoluter dutschger wenn man so will hier in rennspielen aber ich habe mir gedacht ich gucke mal rein bei einer langen fahrt können sie mehr verdienen die belohnung für die kontrollpunkte gut geschrieben karl x highway racing danke bruder für die hilfe mein fahrer stein weg dann legt alle hoffnung auf dir jetzt noch schneller mit dem text dass man überhaupt nicht hinterher kommt oder was mal ein bisschen das intro anschauen ein bisschen genießen hier wie gesagt ich schaue jetzt mal ob es bei euch ein bisschen ankommt wenn nicht kann ich es ja wieder runter machen car x highway racer rennen hier klicken um weiterhin um weiterhin ja was weiterhin stefanie jo stefanie kann ich steuern lenkung auswählen knöpfe 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 wenn was wenn du dich ich bin halt der absolute anfänger hier was was heißt hier in sachen hier autofahren ich selber fahr ja kein auto mehr und dann ist man sowieso ganz hier draußen und das war knapp leute risiko ja risiko aber es ist ein cooles auto oder rennen bedienelemente hier klicken um weiterhin es gibt mehr von ihnen müssen ihnen zuvorkommen was habe ich denn da für eine labe mühle nitro auf wachse rum drücken oh mein gott oh jesus oder kommt aber da hier ein schlingeln hier ja das schlingeln ja zumindest mal nicht letzter zumindestens mal nicht letzter bargeld ausgeben sammelfeld öffentlich ja im leben nicht police kommt ganz schlecht ganz schlecht ganz schlecht aus dem weg hier hier kommt der russi man böse welt aber es macht gar nicht mal so wenig lust und laune also man hat ja schon ein bisschen spaß also bis jetzt was für geschäfte du hast uns geholfen den verfolgern zu entkommen jetzt sind wir in texas höchste zeit für geschäftliche für das geschäftliche ich arbeite nicht gern ohne folgende infos amt einzuhalten ja bis dann laber mich mit zu kaufen für 30.000 haben wir so viel geld überhaupt wie viel geld habe ich denn überhaupt oh der ist aber auch nicht schlecht oder der hat 168 ps und der ich bin 13 akzeptieren neues auto und ereignis schließe die besonderen ereignis ab um den nevis mr zu halten auf geht's los hier klicken ich kapiere überhaupt nichts um weiterhin ja weiterhin kampagne texas beginn der fahndung man kann es auch wieder oben als multiplayer spielen oh behälter da waren behälter moment da war ein behälter da war ein behälter behälter bewertet das spiel nicht jetzt obwohl ich bewerte das spiel mal gleich weiter öffnen 5.000 dollar bekomme all right kaufen kaufen tun wir schon gar nichts wir machen jetzt mal unsere kampagne duel fahrzeugklasse für das kapitel höchstens 1 ok ok duel einfach rennen einfach rennen mit unserem kleinen mini ich liebe solche mini sie auch ich bin mal gespannt hier und er hat ja gut ordentlich power und fährt sich gar nicht mal so schlecht fährt sich gar nicht mal so unstabil und bis jetzt sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus es sieht ja alles noch ganz angenehm aus russ russi fahrt sich gar nicht mal so schlecht russi fahrt sich gar nicht mal so schlecht ah russi man russi man Das gibt doch noch. Könnte ich sie mir ja bekannt machen. Das blabern ich hier. Aber so ist ein ganz interessantes Spiel. Ich glaub zwar nicht, dass es bei euch irgendwie großes Interesse weckt, aber zumindest mal habe ich es gespielt und kann es immer noch runter machen, wenn es gar nicht ankommt. Aber dann könnte ich gleich wieder alles besser, äh gleich alles runter machen. Und gar nichts mehr spielen in dem Sinn. 5.000, wir haben jetzt noch 19.000. Äh, Turbine. Turbine. 5.000 installiert. Chip Tuning. Machen wir auch gleich. Äh, Auspuff. Bringt das was? Kolben. Holen wir uns auch. Auspuff. 2.500. Holen wir uns auch noch. Eine neue Kurbelwelle holen wir uns. Und eine neue Kupplung langt auch noch. Da haben wir alles gemacht. Wir haben alles aufgerüstet. Mähkäse haben wir ja eh nicht. Und dann, äh, Verbesserung. Was für eine Verbesserung? Ich war das schon überall. Und dann gehen wir nochmal in die Kampagne rein. Auf Zeit. Auf Zeit. Schau mal rein. Schau mal rein, hä. Recherte Enterbten hier. Let's start the engine. Wir müssen ja auf Zeit fahren. Das heißt so wenig Fehler wie möglich machen, alter Mann. So wenig wie möglich Fehler machen. Keine Unfälle bauen, sich unnötig hier in Risiko begeben und einfach schauen, dass man da irgendwie heil durchkommt. You notice? Gar nicht mal so schlecht, oder? Das Ziel erfolgreich. Glückwunsch, du bist nun ein Level weiter. Bis in Level 2. Okidoki. Coole Sache Leute. Wir sind hier nicht in der Gesprächstherapie. Wir haben jetzt also, ich meine, ich nehme jetzt schon elf Minuten auf, ist ja nicht viel, aber ich denke mir, für den ersten Eindruck mal müsste es jetzt genügen. Zumindest mal, ich komme auch nicht in die Einstellung. Um euch mal einen Einblick da zu zeigen, von dem X-Racer-Highway-Ding so, scheiß mich zu. Ich habe schon den Namen vom Spiel vergessen. Ist auf jeden Fall ein cooles Spiel. Macht Spaß. Punktevergabe von fünf möglichen Sternen. Gebe ich im Moment mal so eine gute 3,8 im Moment. Mal schauen, ob ich es nochmal teste oder nochmal spielen werde. Liegt auch darauf, liegt auch daran, wie es bei euch ankommt. Ansonsten, bitte bewerben das Video. Habt Spaß. Schreibt was in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Und, falls ihr noch kein Abo habt, einfach nur aufs Köpfchen drücken. Ich bin total konfus, Leute. Es tut mir leid. Einfach nur aufs Köpfchen drücken. Press den Head-Button. To subscribe. Ansonsten, genießt das Leben. Habt Spaß. Passt auf euch auf. Übertreibt es sich. Schützt euch. Bleibt gesund. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. In diesem Sinne, wir sagen schön mit Ö und sicher lieber Rotz. Weil ich muss nämlich jetzt wieder auf die Piste. Euer Rusty Man. Thank you and goodbye. Stay healthy, my friends. Bye bye. Uuuh.